Herzlich Willkommen bei der Ruhr-Eude, einem Podcast über Themen mit Gästen aus Freundenberg, mit Rebecca und Seba. Jetzt kommt die Folge mit Frank Schröer, Kölsche Jung, Bürgermeisterkandidat, Kulturvorsitzender. Was ist eigentlich Kultur? Bist du in Philosophie-Laune? Jep. Warum? Naja, alle reden von Kultur, 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 aber was ist es eigentlich Kultur? Weißt du es? Ja, ich hab da ein Bild, aber weißt du was? Was? Ich frag ihn gleich. Du meinst Frank? Ja, Frank Schröer, der muss das wissen. Ja genau, weil Frank Schröer ist nämlich die treibende Kraft hinter Kultur für uns. Er ist? 65 Jahre alt, wurde an Heiligabend in Köln geboren. Ja, an Heiligabend, krass. Ja, jedenfalls ist er dann über einen Ferienjob bei UNICEF dort hängen geblieben und hat eine Weiterbildung zum Wirtschaftsinformatiker absolviert. Seine Frau Monika hat er in Köln kennengelernt und gemeinsam haben sie dort auch ihr erstes Kind bekommen. Vor 32 Jahren sind sie dann nach Fröndenberg gezogen, wo Monika auch ursprünglich herkommt. Hier haben sie ihr Haus gebaut und das zweite Kind bekommen. Seine Hobbys? Kulturarbeit mit dem Hund spazieren, wandern, Fahrrad fahren. Vor allem aber die Kulturarbeit. Und jetzt, jetzt frage ich ihn gleich, ja? Dann mach mal. Frank, was ist eigentlich Kultur? Kultur ist das, was das Herz aufgehen lässt, was unterhält, was Vielfalt bietet, bunt ist, abwechslend ist, was ablenkt. Das ist eine sehr weite Definition. Ja. Ich finde, das ist es aber auch alles. Von allem etwas. Okay, und du bist nämlich hier heute in der Ruhräule, weil du Vorsitzender des Vereins Kultur für uns bist. Wie ist das gekommen? Wieso bist du Vorsitzender dieses schon recht alten Kulturvereins in Fröndenberg? Genau, der Verein gibt es jetzt, glaube ich, 45 Jahre. Wir sind von Köln nach Fröndenberg gezogen, was für mich als wirklich Gebürten gegen Kölner kulturell ein ziemlicher Wechsel war. Ich will nicht sagen Schock, weil ich bin mit einer unglaublichen Vielfalt an Kultur in Köln groß geworden und habe dann in Fröndenberg Männergesangsvereine, Schützenvereine, Blaskapellen. Und ich will das, das hat alles seine Berechtigung, aber das war nicht meine Kultur, für die ich mich begeistern konnte. Also es gab mehr Vielfalt und mehr Verfügbarkeit wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Mehr Gemäßigkeit. Da konntest du jeden Abend irgendwo hingehen und hast ein Riesenangebot gehabt. Und dann haben wir, als die beiden Kinder so weit waren, dass wir auch mal alleine weggehen konnten in Fröndenberg, einen Artikel gelesen über eine Veranstaltung in der alten Sotenkamp-Schule, die war früher das alte Schulgebäude gegenüber von der Marienkirche. Und da trat eine Kölner Akustikband auf, das So Far, und das klang von Ankündigungen sehr spannend. Ich habe da noch Karten reserviert, damit wir welche bekommen. Und wir waren dann an dem Abend die einzigen zahlenden Gäste. Nein. Dann noch ein paar Mitglieder. Und das war aber ein tolles Konzert. Also wir waren total begeistert. Und dann sind wir auch beim nächsten Konzert erschienen. Und damit sind wir schon sehr auffällig gewesen im Verein. Und wurden dann auch relativ bald gefragt, ob wir nicht Mitglied werden wollen. Was zu der Zeit bei KfU noch schwieriger war. Man konnte nicht sagen, ich möchte Mitglied werden, man musste angesprochen werden. Ach so. Das war relativ... Und dann eine Aufnahmeprüfung oder wie? Ja, nicht so ganz. Aber die hatten wir eben, dadurch, dass wir regelmäßig gekommen sind, hatten wir die schon bestanden. Und dann bin ich auch relativ schnell aktiv geworden. Hatte dann... Das war nochmal in der Zeit, wo ich noch in Köln gearbeitet habe, aber schon in Fröndenberg gelebt habe. Hab dann in Köln ein Zimmer gehabt und bei einer Familie. Und beim Frühstück dann von unserer Kulturarbeit erzählt. Und der Sohn der Familie war der Techniker von der Weißgeist damals. Und darüber sind wir dann dazugekommen, dass die Weißgeist erstmalig in Fröndenberg aufgetreten sind. In welchem Jahr sind wir gerade? Das war 79. 79? Nee. Quatsch, 96. 96. 96. Und das war damals das erste Konzert außerhalb Kölns für die Weißgeist. Die waren halt da in Köln schon bekannt, aber... Moment, stopp, stopp, stopp. Die Weißgeist, diese berühmte A Cappella-Band, hat ihr erstes Konzert außerhalb Kölns in Fröndenberg gespielt. Gibt's ja gar nicht. In der alten Sohn gab es Schule vor 40 zahlenden Zuschauern, genau. Und das hast du organisiert, weil dein Zimmer in Köln, der Techniker... Genau. Dein Mitbewohner war? Nee, nee, der war der Sohn der Familie. Der Sohn der Familie, genau. Sowas ähnliches wie Mitbewohner. Okay, wie kam das? Also hat der einfach euch frockt, Timur, oder... Nee, ich habe beim Frühstück morgens zusammengesetzt und ich habe das erzählt, was wir für eine Kulturarbeit da machen. Und dann erzählt er auch, er kennt da so eine junge A Cappella-Band. Vielleicht wäre das ja mal auch was für Fröndenberg. Ja, und so sind wir ins Gespräch gekommen. Dann haben wir uns irgendwann mal in Köln in der Kölsch-Kneipe getroffen mit den Jungs. Und dann, so ist das dann gekommen. Und von dem Tag an sind die dann jedes Jahr nach Fröndenberg gekommen. Bis zur Auflösung quasi. Bis zur Auflösung, ja, genau. Und ist da noch Kontakt irgendwie? Nee, also wenn wir uns bei einem Konzert jetzt bei den Nachfolgebands treffen, eben Afterglow, dann kennt man sich immer noch und freut sich zu sehen. Aber ansonsten ist der Kontakt weg. Aber das war im Grunde auch für Fröndenberg und für die Kulturarbeit echt ein Türöffner. Weil bis dahin war das eigentlich in Fröndenberg, genau wie unsere Erfahrung war, eher die Bühne voll und der Zuschauerraum leer. Und das hat sich dann durch die Auftritte der Weißgeist doch geändert. Dann haben die Leute gemerkt, okay, da geht was. Auch selbst in Fröndenberg kommen gute Künstler. Und dann hat sich das so langsam etabliert. Und dann mit dem Umzug nachher in die Kulturschmiede, vor dem wir einen riesen Respekt hatten, weil wir ja immer nur so 40, 50 Leute hatten. Und dann ein Raum für 200 Leute, wie der dann aber trotzdem voll wurde, dann hat man schon gemerkt, das hat man, jetzt haben wir es irgendwie geschafft, in Fröndenberg eine Kulturarbeit, eine alternative Kulturarbeit zu etablieren. Zum Thema Kulturschmiede hier kurz der Hinweis. Es gibt eine wunderschöne Folge mit Jochen Händel, der uns nämlich erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass da dieser schicke Neubau entstanden ist und dann das Kettenschmiedemuseum auch die Kulturschmiede angebaut werden konnte. Okay, und welche Gage hat man damals den Weißgeist gezahlt, kann man das sagen? Also war das noch so, dass man heute sagt, Gott sei Dank, haben wir das so hinbekommen? Ich weiß, ich glaube, eigentlich darf ich nicht drüber reden. Natürlich nicht. Aber bei den ersten Konzerten waren wir noch ohne Verträge. Da haben wir auch noch so per Handschlag gemacht. Also ich glaube, das waren 800 Euro oder sowas. 96 schon in Euro bezahlt. Dann war es D-Mark, okay. Aber das waren noch die Zeiten, wo wir tatsächlich auch anschließend immer, weil das haben die auch Jahre danach zu meinem 50. Geburtstag, haben meine Töchter ein Video mit den Weißgeist gedreht, die dann mir zum Geburtstag gratuliert haben und sich immer noch an den Käse danach erinnern konnten. Weil es gab immer nach den Konzerten Käse und Wein mit den Künstlern und auch mit den Weißgeist. Und dann haben die Weißgeist auch oft noch mal eine Dreiviertelstunde gesungen. Da war dann das eigentlich wirkliche Konzert dann immer noch. Was ja nach deiner Definition von Kultur dann auch noch mal wieder erst recht Kultur war. Ja, genau. Krass. Und du hast gerade gesagt, das war ein Touröffner. Ich stelle mir das so vor, einerseits in Fröndenberg, dass die Kulturarbeit eine Popularität gewonnen hat dadurch, dass man gemerkt hat, okay, vielleicht können wir diesem Verein vertrauen. Wenn die Weißgeist kriegen, kriegen die auch andere gute Leute. Gab es sonst noch bekanntere Bands, die dann sozusagen auf den Weißgeist-Zug irgendwann aufgesprungen sind, nach Fröndenberg gekommen sind? Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt genau festmachen kann, aber man merkte schon, dass es immer mehr Bands waren oder Künstler waren, die direkt bei uns angefragt haben. Also wir mussten jetzt gar nicht lange gucken, sondern der Stress war eher, die Vielzahl der Anfragen und E-Mails irgendwie zu bewältigen. Und die E-Mails kann man ja noch irgendwie dann, wenn man Zeit hat, bewältigen. Die Anrufe waren schon sehr lästig. Und zum Glück war dann meistens Monika die Erste, die dann Zeit hatte, dran zu gehen. Und wenn man diese Hürde überwunden hat, dann war es schon ein guter Filter. Weil dann waren die Leute in der Regel auch sympathisch bei uns gekommen. Und dann hatten die auch eine Chance, bei uns weiterzukommen. Und rufen die Künstler in dieser Größenordnung selber an, oder gibt es da so ein Management, das das macht? So und so. Also es gibt beides. Und das, was irgendwie für mich dann nochmal so ein Riesenschub nach vorne war, sich mal was zu trauen, war, als Gregor Meile in der Sing Mein Song-Serie, das war ja so praktisch die Folge, die ihm dann den absoluten durch die Decke Erfolg gebracht hat. Da habe ich mich einfach mal getraut und habe den angefragt bei seinem Management. Und dann haben wir den noch gerade nochmal so gekriegt für, weiß ich nicht, das war damals dreieinhalbtausend Euro oder sowas. Aber die Kulturschmiede, die Karten waren innerhalb von zwei Stunden weg. Und dann war es ein grandioses Konzert. Dreieinhalb Stunden haben die da gespielt. Nachher nochmal eine halbe Stunde im Publikum ohne Technik. Und das war, das sind so Highlights, die einem dann beflügelt haben, auch wirklich mal was zu probieren. Das war so der mutigste Move, den du mal gemacht hast? Oder gab es da noch einen anderen? Ja, eigentlich schon. Weil in den Regionen auch von Gage haben wir ja sonst nichts zu tun gehabt, außer bei dem Weißgeist. Aber da wusste man ja, da kommt die Kohle rein. Also bei dem Abschlusskonzert waren ja zweimal 700 Leute in der Schützenhalle an zwei Abenden hintereinander. Da muss man sich keine Gedanken machen. Da kann man auch was riskieren. Aber ansonsten hatte der Verein ja auch keine großen Rücklagen. Man musste immer gucken, dass man mit dem ein bisschen Kulturförderung, was die Stadt bringt, irgendwie klarkommt. Das heißt, so einen Arm zu finanzieren, habe ich jetzt richtig verstanden, sind drei Sachen. Eintrittsgelder, ein bisschen Kulturförderung und Mitgliedsbeiträge, oder? Genau, genau. Okay, und ist mal was richtig ins Wasser gefallen? Ja, richtig ins Wasser gefallen nicht. Aber wir haben schon auch ein paar Veranstaltungen, wo wir richtig drauf gezahlt haben. Also auch Dinge, die wir gerne gemacht haben, die ein tolles Konzert waren, aber wo wir die Leute nicht mitziehen konnten. Wo dann, weil man muss überlegen, die Kulturschmiede kostet mittlerweile 57 Euro Miete. Ja, dann kommen nochmal 400 Euro der Techniker mit allem drum und dran dazu. Dann bist du schon, 200 Euro dann, da ist noch keine Gage bezahlt. Und das muss man erst mal reinkriegen an so einem Abend. Und das ist jetzt zum Glück, übernimmt die Stadt, das ist der Teil der Kulturförderung, den die uns geben, die Miete. Also, dass wir den Raum kostenlos zur Verfügung haben. Aber trotzdem, der Rest, das ist schon eine Nummer. Und wir haben aber das Glück, dass wir immer wieder auch Künstler, die mit horrenden Gagenforderungen kommen, die nachher aber dann für den halben Preis auftreten, weil die sagen, okay, also hier die Elbtonal Percussion war, ist so ein Beispiel. Das hätten wir uns nie leisten können. Aber das war irgendwie in der Mitte einer Tour. Am nächsten Tag hatten die nochmal ein Konzert in Düsseldorf und haben gesagt, ja, bevor wir dann... Geld ausgeben fürs Abendessen, kommen wir lieber nach Vornberg, nehmen den Käse mit und die halbe Gage. Genau, genau. Okay. Kluge wirtschaftliche Entscheidung, würde ich sagen. Und dann gab es irgendwann Corona. Ja. Und ich stelle mir vor, dass das nicht so eine leichte Zeit war. Nee, also Corona war schon natürlich, hat uns extrem eingeschränkt. Wir haben bei den Lockdowns eh nichts machen können und haben aber nachher dann alles das, was irgendwie ging, getan. Wir haben dann auch Veranstaltungen gehabt, wo wir maximal, glaube ich, zwischen 30 und 40 Leute hatten, in die Kulturschmitte reinlassen dürfen. Abstand und so. Mit Abstand an Tischen. Bezugsgruppen. Genau. Und haben dann die Abende trotzdem mit den Künstlern, die wir auch sonst gebucht hätten, gemacht und haben dann aber ohne Eintritt gemacht und mit Hut das dann finanziert, die Gage für die Künstler. Und es waren dann, das haben wir dreimal gemacht und es waren immer über 1000 Euro im Hut bei 30 Leuten. Ja, also das ist, die Leute hätten so viel Eintritt sonst nicht bezahlt, aber die waren dankbar, dass das was passiert ist und dass wir was gemacht haben. Und das war so, wie wir uns während der Corona-Zeit drüber gerettet haben. Und schwierig war aber es auch, nachdem es eigentlich wieder ging, nachdem man wieder Konzerte machen konnte, die Leute, gerade unser Publikum, ist da noch sehr zurückhaltend gewesen. Da haben wir echt gemerkt, dass es lange, lange gedauert hat, bis die Leute wieder in solche Veranstaltungen gegangen sind. Wir haben aber als Verein entschieden, haben gesagt, also wir hatten ein paar Rücklagen und wir nutzen das Geld jetzt nicht, weil wir als gemeinnütziger Verein noch kein Vermögen haben dürfen. Wir nutzen das Geld und machen damit trotzdem Kulturarbeit, weil wir den Künstlern das schuldig sind und weil wir den Technikern und dem Publikum schuldig sind. Und das haben wir jetzt auch konsequent gemacht. Das hat uns zwar ordentlich unsere Rücklagen aufgefressen, aber wir hatten dadurch traumhaft gute Veranstaltungen. Und jetzt ist Corona einige Zeit wieder überwunden, so weitestgehend. Was hat sich verändert bei euch konkret in der Szene in Fröndenberg? Welche neuen Konzepte habt ihr euch überlegt? Also wir haben jetzt an den Konzepten nicht viel geändert. Ja, wir sind, wir haben eben, und das haben wir konsequent durchgezogen, keine Kompromisse gemacht. Da haben wir jetzt nicht versucht, möglichst preiswerte Künstler nur zu finden, damit wir das auch mit weniger Publikum finanziert bekommen. Wir haben ein paar neue, jüngere Leute im Vorstand, die jetzt auch sehr stark mit aktiv werden, die auch mit eigenen Ideen kommen. Und so hatten wir als vorletzte Veranstaltung so einen ganzen Tag dem Tango gewidmet, dem Tango Argentino. Das heißt, wir haben um fünf bis sechs eine Stunde ein professionelles Tango-Lehrerpaar da gehabt. Die haben dann so einen Schnupperkurs gemacht für 14 interessierte Paare, die tatsächlich gekommen sind. Die haben den Tango Argentino uns näher gebracht. Das war schon den Tag eigentlich wert. Und dann abends eine große Tango-Band mit neun Leuten, die erst mal eine Hälfte Konzertant gespielt haben. Und dann in der zweiten Hälfte hat das Tango-Paar noch mal gezeigt, wie es aussehen kann, wenn man das schon ein paar Jahre macht. Und dann war die Tanzfläche frei für alle. Und die Tanzfläche war immer voll. Also das war ziemlich beeindruckend. Wie viele Leute waren da da? Es waren 80 Leute da, aber mehr hätten auch nicht gedurft, weil wir sonst nicht genug Platz gehabt haben. Krass. Und das zweite neue Konzept, was wir ausprobiert haben, was super erfolgreich ist, ist der Mittwochabend, den wir mit der Groove Nation machen. Also eine 14-köpfige Funk- und Soul-Band, die ohne Gage auftreten und da auch mit gut gehen. Und beim ersten Mal, wo wir das Mittwochs gemacht haben, waren direkt 150 Leute an dem Mittwochabend in Fröndenberg. Und da haben wir getanzt und Spaß gehabt. Das ist, da bin ich auch sehr, sehr ergriffen gewesen. Ich hatte gehofft, hoffentlich kommen wenigstens 30 Leute und dann kamen 150 und das war toll. Und das machen wir jetzt im Oktober dann schon zum vierten Mal. Das ist mein Konzept. Was man jetzt wieder nicht sieht im Audio-Podcast, ist, dass Frank grinst und lächelt über beide Ohren. Ja. Sehr schön, diese Freude bei dir im Gesicht zu sehen, wenn du über diese Themen redest. Ich habe den Eindruck, Kultur heißt jetzt hier aber viel Musik. Das ist richtig, ja. Käse. Ja, das haben wir uns aber auch im Grunde so aufgeteilt. Es gibt ja, und auch eher die unterhaltsame und populäre Musik, weil es gibt die Stiftskonzerte, die sich um die klassische Musik kümmern. Es gibt die Chöre und Gesangsvereine und Blasorchester und alles, die den Teil abdecken. Es gibt die Theatervereine, die die Theaterarbeit machen. Also da wollten wir jetzt auch nicht in Konkurrenz treten und deswegen haben wir gesagt, und die Stadt macht die Comedy-Serien und Kindertheater. Also konzentrieren wir uns auf das, was wir alle gerne machen, wo wir auch gerne uns mit identifizieren. Und deswegen ist es Musik in dieser Linie. So beschreibt Frank Schröer die kulturelle Vielfalt, die wir eben dann doch in Fröndenberg haben. Auch Dank Kultur für uns. Wir machen mal hier eine kleine Zäsur und dann bitte ich doch mal Rebecca rein mit dem Ollenspiegel. Genau, jetzt kommt der Ollenspiegel, wo wir nochmal ein bisschen mehr Fröndenberg aus deiner Sicht kennenlernen wollen. Dazu stelle ich dir jetzt drei Fragen. Drei kurze Antworten von dir. Bist du bereit? Okay. Erste Frage. Das ist dein liebster Ort in Fröndenberg? Wir wohnen ziemlich weit oben auf dem Fröndenberg, haben Schräglage im Garten und in der äußersten Ecke liegt ein Baumstamm und das ist mein Lieblingsort, weil ich dann das Hurtal und das Sauerland sehen kann. Und da geht mir das Herz auf und der Kopf wird klar. Richtig, Natur ist hier hoch im Kurs. Dann die zweite Frage schon. Das geht so nur in Fröndenberg. Das ist natürlich schon meine ganz persönliche Einschätzung, weil ich das nur so erlebt habe. Aber in Fröndenberg geht im Grunde alles, wenn man es selbst anpackt, dann kann man alles erreichen. Das habe ich so nicht woanders erleben können. Da hören wir vielleicht gleich noch ein Beispiel oder haben es schon gehört. Dann kommen wir auch schon zur dritten Frage. Das ist eine kuriose Sache, die du mal in Fröndenberg erlebt hast. Ja, weil, dass ich mich als Kölner in Fröndenberg als Bürgermeisterkandidat aufstellen lasse, das hätte ich mir früher nicht träumen lassen. Und das habe ich mich getraut und ich wäre es am Ende auch tatsächlich gerne geworden. Ja, das war es dann auch schon wieder mit dem Eulenspiegel und damit zurück zum Gespräch. Danke, Rebecca, für die Moderation dieses wundervollen Eulenspiegels hier mit Frank Schröer. Wir sind zurück und haben jetzt einiges schon gehört über die Arbeit von Kultur für uns, über so einige Highlights, auch Lowlights, Corona-Krise und so weiter. Und du hast vorhin gesagt, damals war es noch so, man wurde angesprochen, nachdem man auffällig wurde, also quasi den Test bestanden hat. Und dann durfte man Mitglied werden. Wie kann man heute Mitglied werden bei Kultur für uns und warum sollte ich das werden? Also Mitglied werden ist ganz einfach. Irgendeinen von KfU ansprechen, eine Mail schreiben, dann bekommt man einen Mitgliedsantrag und kann sich anmelden. Ja, ist nicht ganz preiswert. Es kostet 5 Euro pro Monat. Nicht ganz preiswert 5 Euro pro Monat. Ja, also 60 Euro ist für viele Leute eine Menge Geld, wenn sie nicht jedes Mal kommen. Richtig. Und sie bekommen ja auch keinen freien Eintritt dafür. Das hatten wir früher. Da hat uns das Finanzamt dann klar gesagt, also hier, ihr seid gemeinnützig. Die Mitgliedsbeiträge, die können steuerlich geltend gemacht werden. Also kann man nicht auch noch zusätzlich kostenlosen Eintritt haben. Und deswegen müssen die Mitglieder jetzt auch Eintritt bezahlen. Also tatsächlich, wer Mitglied ist, der ist im Grunde auch tatsächlich ein Unterstützer des Vereins. Sei es eben durch seinen Mitgliedsbeitrag oder indem er auch aktiv mit dabei ist. Und wer aktiv mit dabei ist und das zu der Frage, warum sollte man das tun, der unterstützt uns. Das ist klar, das ist das eine, aber er hat eben auch die Möglichkeit, mitzugestalten. Also auch zu sagen, ich hätte gerne mal was in der Richtung oder ich kenne da eine Band zum Beispiel, genau. Oder ich habe da mal eine Band gesehen, wollen wir die nicht mal versuchen zu bekommen? Und da haben wir auch schon eine Menge Leute drüber dann geholt. Wie oft sehen sich alle Mitglieder? Gibt es da Versammlungen oder sowas? Viel zu selten. Also das hat tatsächlich gelitten. Seitdem wir auch in der Kulturschmiede sind, ist das Ganze ja auch viel professioneller geworden. In der alten Zonenkampffschule, da war der Kühlschrank, der funktionierte nicht immer. Die Toiletten waren draußen und dunkel. Da wusste jeder, das ist improvisiert. Aber mit dem Wechsel in die Kulturschmiede ist es einfach eine professionelle Veranstaltungsstätte. Und die Leute erwarten jetzt richtig temperiertes Bier. Der Sound muss 100 Prozent stimmen und alles. Es darf nicht zu warm sein. Das hat sich schon geändert. Und dann ist auch dieses hinterher mit den Künstlern noch da zusammenbleiben hat stark nachgelassen. Weil dann fängt man schon an, die Kulturschmiede aufzuräumen. Und das ist leider der Preis, den wir da gezahlt haben, in dem wir ein professioneller Veranstaltungsverein geworden sind. Ein professioneller Veranstaltungsverein geworden. Das klingt super. Trotzdem nehme ich an, ihr macht sowas wie eine Mitgliederversammlung irgendwie? Klar, die müssen wir ja einmal im Jahr machen. Wir wählen auch jedes Jahr den Vorstand immer komplett neu. Der ist immer für ein Jahr gewählt. Der bewegt sich da nicht viel. Aber wir haben, wie gesagt, jetzt drei neue Mitglieder im Vorstand, was sehr gut ist, weil die auch sehr aktiv sind. Das war lange Zeit nicht der Fall. Sehr schön. Bevor wir gleich das Thema wechseln, habe ich noch zwei Fragen. Erste Frage, gibt es irgendwie einen speziellen Moment oder ein Erlebnis, wo so deine Leidenschaft für Kultur besonders zum Ausdruck kommt oder die das besonders geprägt hat? Gab es da einen Schlüsselmoment oder so? Das ist natürlich, dass die ersten Konzerte mit den Wise Guys, dass man plötzlich diese Veränderung auch in der Fröndberger Bevölkerung mitbekommen hat. Dass die Leute gekommen sind, wiedergekommen sind, positive Rückmeldungen gegeben haben. Ich genieße es auch, weil das ist für mich immer ein toller Moment, den Abend zu eröffnen, auf die Bühne zu gehen, das Publikum zu begrüßen, die Band, die Künstler vorzustellen. Und das vor 700 Leuten in der warmen Schützenhalle zu machen, das war schon... Und anschließend haben die Wise Guys mir auch gesagt, das war eine ziemlich coole Ansprache, weil ich mir auch viel zu erzählen habe, die ganze Geschichte dazu kenne. Und das versuche ich da auch immer so ein bisschen mit reinzubringen. Nicht nur eine trockene Ansage, sondern auch mich persönlich so ein bisschen da mit reinzubringen. Und das bringt mir im Grunde den Lohn für die viele Arbeit, die wir tatsächlich dann auch im Vorfeld und hinter den Kulissen so haben. Sehr schön. Das ist eine super Überleitung zu meiner letzten Frage zum Thema Kultur. Jetzt unterstellt, du teilst diese Folge hier schön bei WhatsApp und Instagram und so und ganz viele Leute werden darauf aufmerksam, auch aus eurem Kulturkosmos. Wem oder welcher Gruppe von Leuten würdest du gerne Danke sagen, weil das viel zu kurz kommt im Alltag, die vielleicht hinter den Kulissen die Fäden ziehen oder so. Wer hat einen besonders hohen Anteil an dem Erfolg von Kultur für uns? Das ist auch das, was ich leider gerne vergesse, dann wenn bei meiner Ansage, dass da irgendwie so immer so fünf bis zehn Leute für so einen Abend mitverantwortlich sind, die sich um die Getränke kümmern, die die Stühle aufstellen und den Raum dekorieren, was auch immer. Aber eigentlich geht es, geht es eigentlich an alle, an all die Mitglieder, weil auch wenn sie nur zahlen, sie uns im Grunde so ein bisschen, da kommen ein paar tausend Euro im Jahr zusammen, die uns so eine Basis geben, diese Arbeit immer weiter zu machen. Und ja, klingt vielleicht so ein bisschen aufgesetzt, natürlich auch meinen drei Damen zu Hause, die das immer mitgetragen haben. Monika macht zum Glück eben viel mit, auch bei der Kulturarbeit. Aber meine Kinder, die haben mich dann oft mehr engagiert in der Kulturarbeit gesehen, als in meinem Vater-Dasein. Okay. Ja, danke für die persönlichen Einblicke und für die Einblicke in die Arbeit von Kultur für uns. Es gibt noch eine andere Sache, die dich mit Blick auf Röndenberg irgendwie in so einer exponierten Rolle dastehen lässt. Du hast nämlich bei der letzten Kommunalwahl 2020 auch noch Corona geprägt gewesen. Was heißt noch voll Corona geprägt gewesen? Da hast du kandidiert für das Amt des Bürgermeisters. Wie kam es denn dazu, als Kölner in Fröndenberg Bürgermeister werden wollen? Ja, das fragt mich meine Therapeutin auch immer. Nee, ich war nicht. Also ich bin eigentlich relativ spät in Fröndenberg auch zu der Grünen Partei gekommen. Monika ist ja schon, ich weiß nicht, 25 Jahre mit dabei und auch seit vielen Jahren als Ratsfrau. Oh, da muss ich kurz einschieben. Monika Schröer, eine unserer ersten Ruheule-Episoden, ist die Frau von Frank Schröer. Wer hätte das gedacht? Und es ist tatsächlich auch so, dass das erste Mal jetzt quasi ein Ehepaar zu Gast war. Also nicht gleichzeitig, aber eben in zwei Episoden. Okay, entschuldige. Erzähl weiter. Genau, also dadurch war die Arbeit der Grünen in Fröndenberg schon sehr, sehr präsent. Aber es gab dann mal irgendwann einen Vortrag in der Aula der Gesamtschule von einem Wissenschaftler, der so ein bisschen über Klima und Meeres, der ist Meeresbiologe, Dinge da erzählt hat, die mich schon dann ziemlich angefixt haben. Und ich gedacht habe, ich muss jetzt auch ein bisschen Verantwortung mit übernehmen. Und deswegen bin ich dann auch Mitglied bei den Grünen geworden. Dann stand diese Kommunalwahl an und wir hatten keinen Bürgermeisterkandidaten. Und ich fand, oder es ist tatsächlich auch so, dass du als Partei medial nicht wahrgenommen wirst, wenn du keinen Kandidaten hast. Dann kannst du ein gutes Programm haben, aber das interessiert die Medien nicht so. Wenn du aber als Bürgermeisterkandidat mitvertreten bist, dann wirst du anders wahrgenommen. Das war so der erste Anstoß, dass ich gesagt habe, also ich finde, wir müssen einen Kandidaten aufstellen. Dann meldet sich keiner. Dann war der, der das vorgeschlagen hat, auch der, der das machen muss. Dann habe ich mir das mal überlegt und habe das für mich mal so sacken lassen und habe gedacht, ja gut, also ich bin in Fröndenberg jetzt angekommen. Das war immerhin dann auch schon fast 30 Jahre da gelebt. Kann mich mit der Stadt sehr gut identifizieren. Ich bin so ein bisschen auch in die Stadt verliebt, war ja auch so ein bisschen mein Motto aus Liebe zu Fröndenberg. Und habe gesagt, also das passt. Ich will das gerne machen. Und nicht nur als Zählkandidat, damit man in die Medien kommt, sondern ich will das jetzt auch ernsthaft angehen. Habe gemerkt, dass ich mich damit ein bisschen übernommen habe, weil ich ja voll im Beruf war und eben jeden Tag nach Münster gefahren bin. Da und keinen Acht-Stunden-Job habe, sondern eben auch eher so meine 60-Stunden-Woche. Und das hat ganz schwer funktioniert. Jetzt ist mir eigentlich Corona ein bisschen da zugute gekommen, weil dieser Haustürer-Wahlkampf und die ganzen Schützenfest-Auftritte, die mussten nicht sein, weil sie nicht stattgefunden haben. Das war für mich, dadurch war es machbar. Dadurch konnte ich diese Zeit da rangehen. Aber ich hatte keine richtige Zeit, mich im Grunde zu präsentieren. Wirklich zu sagen, hier, der bin ich. Das will ich machen, das will ich verändern. Das konnte ich nicht wirklich rüberbringen. Und dafür fand ich aber am Ende die 20 Prozent dann doch noch eine ganz passable Zahl. Ich habe auch gemerkt, dass von vielen Rückmeldungen, die mich eben durch die Kulturarbeit kannten, gesagt haben, super, ich würde dich sofort wählen, aber mit der Partei, das geht nicht. Das ist mir, so im Nachhinein hätte ich mich vielleicht als freier Bürgermeister oder besser noch irgendwie positionieren können. Aber das war so der Hauptbeweggrund. Und mit der Zeit habe ich da tatsächlich auch wirklich Spaß dran gekriegt an dieser Geschichte und habe mich immer intensiver damit beschäftigt. Und deswegen wäre ich es am Ende natürlich auch sehr gerne geworden. Und ich glaube, wenn ich halt noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte und die beiden anderen Kandidaten hatte jeweils 30 Prozent, da war jetzt die Distanz nicht mehr so groß. Und wenn ich in die Stichwahl gekommen wäre, hätte ich vielleicht noch eine ganz gute Chance gehabt. Das war schade, das war schon, ich merkte schon, dass das eine ziemliche Enttäuschung am Ende war, weil aus dieser ersten Idee, die Partei so ein bisschen zu unterstützen, ist dann wirklich auch eine Leidenschaft geworden. Und ich glaube auch im Nachhinein noch, ich wäre glaube ich auch ein guter Bürgermeister geworden. Was war das Beste an der Erfahrung? Dass ganz viele Leute mit mir geredet haben, die mich vorher nicht angeguckt haben. Viele Gespräche dann da zustande gekommen sind. Die Redakteure vom Hellwiger, die mich von der Kulturarbeit erkannten, aber persönlich nie interessiert haben, die waren plötzlich da und haben dann regelmäßig mit einem gesprochen. Das fand ich schon sehr, sehr gut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, durch Frönnberg zu gehen und dann da so diese Riesenplakate mit sich selbst zu sehen, das hat schon was. Gab es auch einen Lowpoint, wo du irgendwie gedacht hast, was ist das denn hier für ein Quatsch? Was ist das denn hier für eine große Scheiße vielleicht sogar? Ein Frustmoment oder irgendjemand, der dir quergekommen ist? Ja, man merkte sozusagen, es war ein relativ fairer Wahlkampf, dadurch, dass auch nicht so viel passiert ist, dass nicht so viele öffentliche Auftritte waren. Aber zum Schluss merkte man schon, wie dann die Luft dünn wurde, auch für die vermeintlichen beiden Top-Kandidaten, dass dann doch schon ein bisschen Angst war, dass mit FWG und Grüne, man konnte sie nicht einfach wegdenken. Und dann wurde der Ton schon ein bisschen rauer. Aber nee, eigentlich kann ich nicht sagen, dass es so richtig ... Ich fand es schade, dass in dem Moment, wo ich so merkte, boah, das hat mich jetzt gepackt, eben nicht so konnte, wie ich wollte. Weil ich einfach noch den Job hatte, der mich wirklich 100 Prozent ... Da war auch keine Option, um die Künstler zu treten oder was. Jetzt haben wir nächstes Jahr wieder Kommunalwein. Machst du es nochmal? Nein. Nein, ich hatte direkt danach, habe ich gesagt, beim nächsten Mal mache ich es nochmal. Aber jetzt sind fünf Jahre rum. Ich gehe jetzt zum Ende des Jahres offiziell in Rente. Ja, das heißt, ich ... Du würdest es dann ... Und ich habe so viele Themen. Also neben der Liste, die Monika hat, wenn du mal in Rente bist, da gibt es eine Menge To-Dos, die da draufstehen. Ich bin jetzt seit drei Jahren stolzer Opa, habe ein Enkelkind, für das ich mal mehr Zeit haben möchte, als ich für meine Töchter damals ... Also ich hatte eben einen Job, wo ich viel auch im Ausland war, viel unterwegs war, super gerne gemacht. Ich will das auch nicht bis in die Zeit. Aber der Preis war eben, dass ich meine Töchter nur in vielen Stellen nicht erlebt habe, wie die aufgewachsen sind. Und die Zeit möchte ich jetzt haben, auch für Monika und auch für unseren Garten und all das mal. Und auch für die Kulturarbeit uneingeschränkt mal die Zeit haben. Also von daher, ich finde auch, dass es schwierig ist. Ich finde das, was ich ja gesagt habe, du kannst in Fröndenberg alles machen, wenn du den Arsch hochkriegst und es tust. Ja, und das ist so. Ich habe das eben, vielmehr nochmal dieses Arschuh, von Köln ein, 1992 war das gegen rechte Gewalt, wo hunderte Tausende da zu einem ... Wie hieß das? Arschuh? Zeng Usenanda, also den Hintern hochkriegen und den Mund aufmachen. Das war ein Konzert auf dem Klotwigplatz vor ein paar hunderttausend Leuten. Und da ging es damals schon um die gegen rechte Gewalt. Und das ist jetzt 32 Jahre her. Und wir versuchen immer noch unser Bestes zum gleichen Thema. Mit all den Mühen, die das kostet. Genau, der Punkt war eben, wenn man will, kann man alles tun. Also man kann alles schaffen, aber ich kriege ja auch mit, dass man eben lokalpolitisch nur bedingt was schaffen und verändern kann. Auch in der Stadt. Und warum nicht das? Es ist, die beiden großen Volksparteien sind ziemlich etabliert und eingefahren. Und ich rede mich jetzt hier um Kopf und Kragen möglicherweise. Ich finde, die beiden Volksparteien sind ziemlich etabliert. Das kann man einfach mal so sagen. Und man hat wirklich wenig Möglichkeiten, dann tatsächlich da an entscheidenden Stellen etwas zu verändern. Bürgermeister oder Bürgermeisterin sein heißt eben einerseits damit umzugehen. Und dann muss man ja auch noch so ein Rathaus führen, wo auch alles passiert, was zwischen Menschen passiert. Ja, aber das finde ich eigentlich eher spannend. Ich habe immer Personalverantwortung gehabt oder mit vielen Menschen, auch mit vielen unterschiedlichen Kulturen zu tun gehabt. Und das ist ein Ding, was mir, glaube ich, ganz gut liegt. Also das würde ich mir schon zutrauen. Bei der vierstelligen Zahl von Menschen, die die Ruhe alle hören, ist vielleicht auch die eine oder andere Person bei, die darüber nachdenkt, vor allem jetzt darüber nachdenkt, Mensch, 20 Prozent, 25 Prozent, 30 Prozent, vielleicht schaffe ich das ja auch mit mehr Präsenz und nicht einem 60-Stunden-Job nebenher. Was würdest du jemandem raten, der irgendwie jetzt in sich spürt, ich hätte Interesse, Bock auf den Versuch, Bürgermeister von Fröndberg zu werden oder Bürgermeisterin? Man muss sich einfach wirklich klar werden, was dieser Job bedeutet. Was du auch eben sagtest, du bist im Grunde Chef von 100, 110 Menschen, die viele Jahre schon in diesem Rathaus arbeiten mit eingefahrenen Strukturen. Das muss man können. Man muss repräsentieren können. Man muss gegen alle Strömungen, die gegen einen gehen, sich etablieren können, ohne dass man seine Kontenanz verliert. Man muss damit trotzdem mit respektvoll umgehen können und souverän sein. Das sind eine Menge Eigenschaften. Die haben nicht so viele Menschen. Ich glaube, das wird auch unterschätzt, dass dieses Berufsbild Bürgermeister, Bürgermeisterin nicht wirklich klar ist. Ich glaube auch, dass das ein Problem ist in dieser Veränderung, die mal stattgefunden hat. Früher gab es einen Stadtdirektor und einen repräsentierenden Bürgermeisterin. Da konntest du die Rollen eben genau mit den Stärken, die die Leute haben, gut verteilen. Und jetzt müssen beide Themen in einer Person stattfinden. Und beides leidet darunter. Und das ist, was auch eine Menge Stress machen wird. Und ich glaube, das muss jeder, der einfach Bock auf diesen Job hat, sich erst mal klar machen. Bin ich dazu in der Lage? Bin ich da tatsächlich der Richtige? Weil das kann ich nachher auch krank machen. Das war jetzt eine warnende Ermutigung. Jetzt hau doch noch mal so was raus, wo du sagen würdest, aber dafür wird es sich wahrscheinlich trotzdem lohnen. Ja, wenn ich überzeugter Fröndenberger bin, und das bin ich mittlerweile, das hat ein paar Jahre gedauert, aber das bin ich mittlerweile, dann will ich ja auch diese Stadt für meine nachfolgenden Generationen lebenswert halten. Und das kann ich nur, wenn ich mich engagiere, wenn ich da Einfluss drauf nehme. Und ich glaube, einen größeren Einfluss als an so einer Position auf die Geschicke der Stadt, das Glück und Unglück der Stadt, hat man nicht. Also ich will nur sagen, der Preis ist hoch. Da sollte man sich klar sein, ist man der Richtige dafür. Wenn man das aber für sich beantworten kann, positiv beantworten kann, dann glaube ich, ist es eine Möglichkeit, wirklich was zu tun und zu verändern. Das hat ja schon einen Schlusswortcharakter. Aber denkste, weil eine Frage habe ich noch, wo wir gerade so beim kommunalpolitischen Bereich sind, da wirst du dir ja auch Gedanken gemacht haben, du hättest ja wahrscheinlich nicht nur eine Legislatur machen wollen, vielleicht zwei, also so zehn Jahre. Wo steht denn Fröndenberg von heute aus gedacht in zehn Jahren? Was hat sich verändert? Was hoffst du? Was befürchtest du? Was denkst du wirklich? Ich bin ja jetzt nicht nur grüner, weil ich mit einer Grünen verheiratet bin, sondern weil ich auch überzeugt bin, dass wir diese, auch wenn ich mit der Politik in Bonn, in Berlin nicht unbedingt, in Bonn war auch mal Politik, in Berlin nicht unbedingt ganz glücklich bin, wie die Themen da umgesetzt werden. Aber die Themen an sich sind ja schon wichtig und richtig. Und wenn wir als Stadt und als Bürger der Stadt Fröndenberg merken, dass wir diese Stadt weiterentwickeln wollen und lebenswert erhalten wollen, dann müssen wir gemeinsam an die Veränderung des Personen-Nachverkehrs gehen. Wir müssen die Mobilität komplett neu denken. Wir müssen den respektvollen Umgang mit der Umwelt neu denken. Und wenn wir das schaffen als Stadt, dann sind wir auch in zehn Jahren noch eine Stadt. Das ist ja gerade auch so in der Diskussion. Ja, stand jetzt in der Zeitung Stadtrechte ade, wenn die EinwohnerInnenzahl unter 20.000 rutschte oder so. Genau, genau. Dauerhaft. Aber wenn du die Stadt eben attraktiv machst, dann passiert das auch nicht. Dann kannst du die Leute auch halten. Zum Beispiel mit einem attraktiven Gewerbegebiet, wie das schön war. Das ist gemein. Okay, streichen wir raus. Streichen wir nicht raus? Nein, nein, das muss nicht rausgehen. Also ich bin, ich habe mich ja auch damals klar zu bekannt, dass ich das nicht für richtig halte. Ich glaube, dass es wirklich zukunftsfähig ist, in Fröndenberg so ein Gebiet anzulegen. Aber wir wissen, dass das kommen wird. Und auch wenn engagierte Bürger jetzt versuchen, da nochmal ganz deutlich Stellung zu beziehen, was ich auch gut finde. Aber ich glaube, es wird sich nicht mehr verhindern lassen. Jetzt muss man halt schauen, dass man das Beste draus macht. Das haben wir ja auch als Grüne in Fröndenberg dann auch so gesehen. Wir können jetzt immer wieder sagen, nee, wir wollen das nicht. Das bringt uns nicht weiter. Dann lieber zu den bestmöglichen Bedingungen stellen. Genau, genau. Gut, Frank, jetzt nähern wir uns aber doch langsam dem Ende. Jetzt habe ich einige Fragen gestellt, manche habe ich vielleicht nicht gestellt. Gibt es irgendwas, was du den Menschen in Fröndenberg heute noch sagen möchtest? Ja, ich glaube, ich habe es jetzt ein paar Mal schon gesagt. Also jeder, der jammert und sagt, in Fröndenberg gibt es nichts für die Jugend. Ja, oder in Fröndenberg funktioniert das nicht. Das kann man hier nicht machen. Dem kann ich nur sagen, Kokolores. Das stimmt nicht. Also in Fröndenberg geht, glaube ich, alles. Es muss nur, man darf nur nicht warten, dass die Politik oder die Verwaltung das tut, sondern man muss selbst den Arsch hochkriegen und die Sache in die Hand nehmen. Ohne jetzt schmeicheln zu wollen, aber man sieht es ja in Fröndenberg, Jugendarbeit kann funktionieren, wenn man es anpackt und in die Hand nimmt und engagiert ist und Kulturarbeit geht, wenn man es tut und wenn man es macht. Und da kann ich wirklich jeden nur auffordern, lamentiert nicht, jammert nicht drum. Das bringt uns nicht weiter. Und sucht nicht die falschen Alternativen, sondern sucht das, was uns als Stadt weiterbringt und engagiert euch mit dabei. Ein sehr hochwertiges Schlussstatement. Vielen Dank. Kannst du das nochmal in so einem, weil ich das so gerne höre und das immer so einprägsam finde, in so einem Kölsch sagen? Die Kölner machen das ja scheinbar mit so einem Satz, ist das dann alles gesagt. Es hat noch immer Jutjajangen oder so, es steckt ja so viel drin. Also das, was du gerade gesagt hast, kannst du das mal in so einem Kölner Ausdruck? Ja, das passt ganz gut zu dem, was ich eben erzählte, was da vor 32 Jahren passiert ist. Kriegt den A-Schuh und die Zeng-Usenanda. Heißt, den Hintern hoch und macht den Mund auf und äußert euch und sagt, was los ist. Nochmal auf Kölsch. A-Schuh, Zeng-Usenanda. Sagt Frank Schröer, Gast in der heutigen Ruheulen-Episode und ich sage, danke Frank. Sehr gerne. Ach, der Frank. Was ist mit ihm? Ich finde, der ist so der Inbegriff von authentisch. Und ich glaube, Frönnberg hat ihm viel zu verdanken. Wegen der Wiseguys? Jaja, und der Initialzündung für die Kulturlandschaft hier, die das so mit sich gemacht hat. Ja, glückliche Fügung. Mega. Was nimmst du noch mit? Ich weiß jetzt, was Kultur ist. Sehr gut. Noch was? Naja, es braucht Machende, damit sich was bewegt. Ja, wie er gesagt hat, in Frönnberg geht alles, wenn man es selber angeht. Ja, und das zeigt er im Kulturbereich. Und mit seiner Bürgermeisterkandidatur 2020. Genau. Genau. Melosso de Dom in Kölle. Äh? Leckens in der Tesch. Du magst die Kölnerin, oder? Et het noch immer jott, der jange. Ja, das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Folgt uns auf Social Media. Schaut auf unserer Webseite ruheeule.de vorbei und lasst uns gerne auch Feedback da. Bis bald, Rian. Das war das Beste bis bald, Rian, das ich je gehört habe. Also, es war das Beste bis bald, Rian. Beste bis bald noch nie. Alles. Vielen Dank.